Hallo meine Lieben, ich bin's, Tim. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass wegen dem Fan-Treffen ihr mich unbedingt abonnieren müsst. 100 Abonnenten, obwohl ich habe ja schon 156 Abonnenten. Bitte, bitte abonniert meinen Kanal. Ich möchte 1000 Abonnenten schaffen. Ihr wisst ja, bei 1000 Abonnenten mache ich ein Fan-Treffen. Da können wir Nummern austauschen, wir essen Eis, da könnt ihr auch bei mir übernachten. Ihr wisst ja, meine Eltern und meine kleine Schwester sind ja gestorben. Also meine Freunde, bitte, bitte abonniert mich. Meine kleine Schwester hätte das so gebollt. Bitte, ihr wisst nicht, wie ich mich gerade fühle. Ja, und was das Fan-Treffen angeht, ihr müsst nicht unbedingt abonnieren. Ich habe das in die Videobeschreibung gepackt, was ihr tun müsst. Euer Tim. Tschüss. Ganz gern ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.